hallo hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück hier bei jungen ja wir machen weiter wie ihr seht und wünschen euch somit ganz ganz viel spaß jetzt stehe ich da nein 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 müssen wir denn da runter das weiß ja ich muss sterben weiß aber nicht weil ich auf die so ich hätte ja auch was hat denn das da oben zu tun ja das habe ich mich auch hat da kommt ja eiswürfel runter oder schnee oder irgendwie so genau so wie da ja ja da oben du musst an der kette was für eine kette die über dir hängt hier hängt ein über dir doch darüber der kette ich habe keine gesehen wollen auch da oben ist eine kette ihr müsst da oben auf den holz vorsprung ich sehe da keine kette doch da ist eine kette ach oh jetzt ja ja aber wie willst du da dran kommen vielleicht muss man aber auch einfach nur an den dings dran ja und dann genau ich hab den herunter springen ich bin jetzt einfach mal genau jetzt müssen wir nämlich an die kette ja was ist denn die nur Kein von beiden, bitte Musst ihr schon was aufsuchen Oh mein Gott Habt ihr es dann mal vorbereitet? Ja Ihr Spider-Man Während ich euch dann Ohren und Schritte gepackt habe Hab ich gleich Zapfen genommen, sie zu machen Ja Ich bin halt nicht so für Zapfen So Da haben wir eine Wipi Wipi mit Icy Icy Wipi Wipi, mach du mal Duki Duki Sonst Falli Falli auf die Schnauze Genau, also wenn man Da jetzt ein Eiswürfel Ich weiß noch nicht, auf welche Seite und warum Das müssen wir natürlich jetzt Austesten Aber da ist Sonne Aber die kann man ja rüberziehen Ja, die kann man ja drehen Sieht gut aus Komm rüber Ja Ich geh mal weg Ich war Ich war So, also müssen wir hier ein Eisstück aufladen Und dann einfach das wieder drehen Obwohl braucht man da gar nicht Wir haben da unser eigenes Gewicht Ich bin nur mit mehreren Leuten Ach nex, sie baut hier Schneemann Ach ne, du hast ihn auch auseinandergebaut Ja Sie hat ihn verprügelt Guck mal, guck mal, du noch ein kaputter Schneemann Ich sehe euch gar nicht, wo seid ihr denn? Irgendwie habt ihr gerade alles Den Rest von Schneemann kriegt Oh, guck mal, noch ein Schneeball Aua Wir brauchen noch gar keine Eiswürfel Nee Warst du gut? Nein, ich will den Schneeball Hey, jetzt wollte ich mich da gerade draufstutzen Ach, der wird größer, wenn man den schiebt Auch das ist ja lustig Ähm, okay Cool Ähm, okay Na, das ist ja schon mal cool Da kann man sicher was draus machen Ja, den musst du bestimmt als Kopf auf den Schneeball Sieh, den mach ich mal groß Mach ich mal groß Da liegt ja auch noch ne Möhre Ja, da liegt ne Möhre Ja, da liegt ne Möhre Ja, da liegt ne Möhre Und ne Rot Ja, der Lexi hat den ja kaputt gemacht Ja Ach so Sie macht den wieder gar nicht Oh, Summi, ich will nicht mal rüber auf die andere Seite Da kommt das, was ich ja gut Ich weiß nicht, wird der noch größer Wird der noch größer, oder? Nee, nee, nee Ich helfe dir mal eben Aber ich konnte ja jetzt nicht drauf, oder? Wow, wie groß der ist Jetzt schon Wow, wie groß der wird Oh nein, komm, komm, komm Bleib doch drauf Ja, ich versuche es, ja, ich hüpfe da aber automatisch mal wieder runter Ich hatte mich jetzt am Boden fetzt Aber jetzt? Aber das schieben wird auch immer schwierig Ich glaube ja, da muss die Kugel hier drauf Und dann muss das irgendwo hin Das kann gut sein Aber das Problem ist, jedes Mal, wenn die in die Sonne kommt, wird die kleiner Ja Das ist nicht gut Nein Drehen können wir das Teil aber auch nicht mehr, oder? Doch, das kann man doch Los, runter, kommt Ja, da ist der Schatten Häng dich mit dran Ja genau, warte mal, dreht es da in den Schatten vor die Tür Genau Da Hier alle mal hier hinten drauf, damit Sumi nach oben kommt Genau Lass mich jetzt gefälligst meinen Schneeball bauen Ja, ist ja gut Mach dein Schneeball, ey Okay So So, jetzt? Nein Meine Kugel ist fertig Was ist denn los hier? Kommst du da doch nicht? Nein Nee, das geht nicht Ich komme da nicht dran Zeig mal Also Das müsste aber auch gehen, oder? Was machst du da, Alex? Alex Hm, schlapp, schlapp Ja, man müsste jetzt noch ein Stück drehen, damit man hier irgendwo da oben drauf kann Da an der Ecke ist es zu weit weg Okay Es müsste ein Stück gedreht werden noch Wow Was machst du? Sehr gut Ich weiß es nicht, habe ich festgehalten So Ich sehe das nicht So, doch, das geht alles Ähm So schon Müsste reichen Ja, ich glaube, so müsste es schon reichen, ja Jetzt nur noch mal runter Genau Jetzt müssen wir die Seite noch mal runter haben Ja, geht drauf Ja, einer nur Ja Ja, wir müssen erstmal wieder drauf kommen Ich bin ja drauf Ja, ja Ja, aber ich nicht Warte, warte Gucken wir mal Nee Da kommt man nicht mehr dran Kann man jemanden Summi hochheben? Nee, wenn wir das Ding hier ein bisschen drehen Summi hochheben? Achso, Summi hochheben Okay So, jetzt dürftet ihr da hinten auf dem Berg her Nee Ne Nehm mal Summi an Nicht ziehen Ich muss schon da hinten drüber, genau Heben Warte Warte Jetzt dichte ich nicht so Mama Nicht an mir Nein, 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 nein Ich habe hier etwas anderes Dummli Dumm Jetzt komm Äh Äh Nee, warte Summi noch nicht Noch nicht Noch nicht Warte auf unser Kommando Pinky, Pinky loslassen Okay Jetzt hochziehen Jawohl Ich bin oben Ja Jetzt wird man dich loben Mach was Mach was draus Ja Jetzt einfach rauskommt, dass die Türen ja aufgehen, ne? Dann raste ich aus Nee Aber hier geht tatsächlich nicht Also keine Tür auf Ja, aber irgendwas muss ja von da ausgehen Das kannst du vielleicht auf das Dach da springen Auf das Nebendach Kein Eis Eis Baby Kein Eis Eis Baby Oh, speichert Darum und schafft Kein Eis Eis Baby Okay Eis Eis Baby Nee, oh mein Gott, das ist bestimmt cool Wir können hier Snowboarding Snowboarding Ja Ich komme Ich weiß es nicht Das wird ja Das wird ja lustig So, oh, ich bin drauf Oh, wie geil Oh, warte Oh nein, warte Oh nein, jetzt fällst du ohne mich Oh nein, oh nein, jetzt fällst du ohne mich Ah, Hilfe Hilfe Oh 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 Oh, shit Oh, nee Oh Wir müssen auf die andere Seite kommen Mit den Dinger, ne? Yay Habe ich geschafft Ich nicht Ach, das wäre ja lustig Das ist geil Ich will auch Mach doch Ja, geht nicht Die Frage, die sich dann gestellt ist Was soll ich denn da draufstellen, oder was? Wie macht man das denn? Ja, einfach draufstellen Oh, scheiße Okay Ich bin noch drüben Oh Ich bin noch nicht mehr vom Snowboard runtergekommen Ähm Wo müssen wir denn hin? Einfach runterfahren Und dann sprengst du kurz vor dem Abgrund Sprengst du einfach Ne, ich komme hier rüber Wo seid ihr denn? Kommt da noch jemand? Ja, ich Äh Ah, da, da Finkie Oh, Baum Aua Aua Boah 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 Das ist geil Boah Boah Wollt Spreng Spreng Sommi Boah Boah Wie geil ist das denn? Das war ziemlich groß Will noch mal So, jetzt halte ich mich hier mal fest Oh mein Gott Will noch jemand mit? Ähm, wo sind wir denn da? Achso Geht nicht mehr hoch, schade Ah, warte Ich will doch jemand mit Und dann fährt sie los Und wo ich da ab Warte mal Ich, ich, ich Geh mal Ich komme da runter Bestimmt hier mit, oder? Ne, ich bleib jetzt hier hin Oh, oh, oh Wow Okay, warte Warte, war mir irgendwas hochgehoben Oh, das ist geil Ja, so meine Lieben Das war's leider auch schon wieder Aber seid gespannt auf die nächste Folge Wenn es wieder heißt Human Fall Flat Seid dabei und Ja, gebt uns einen dicken, fetten Daumen nach oben Bis dann